Der Zweite Weltkrieg bedeutete einen großen Einschnitt in der Leipziger Baugeschichte. Als die amerikanischen Truppen Leipzig besetzt hatten, bot die Stadt ein heute kaum vorstellbares Bild der Zerstörung. Die traurige Bilanz des Zweiten Weltkrieges wird für Leipzig in folgenden Angaben deutlich. Etwa 30.000 bis 40.000 Leipziger Bürger bezahlten die Weltmachtpolitik mit dem Leben. Fast 40.000 Wohnungen waren zerstört und 52.000 schwer beschädigt. Alle Theater- und Konzertsäle der Stadt waren vernichtet. 830 öffentliche Gebäude der Stadt waren schwer getroffen. Von 103 selbstständigen Universitätsgebäuden hatten lediglich 16 den Krieg ohne größere Schäden überstanden. Besonders in Mitleidenschaft gezogen war die Produktionskapazität der polygrafischen Industrie, die zu 80 Prozent zerstört war. Von den Messebauten überstand nur ein Viertel die Bombenangriffe. Die Einwohnerzahl sank von über 700.000 vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges um etwa 20 Prozent auf 585.000 im Jahre 1945. Der Wiederaufbau und die Umgestaltung der Stadt vollzogen sich im Zusammenhang mit der politischen und ökonomischen Entwicklung. Im Zeitraum von 1945 bis 1949, vor der Gründung der DDR, war an Neubauvorhaben zunächst noch nicht zu denken. Im Mittelpunkt standen Entrümmerungsarbeiten und die Instandsetzung reparabler Gebäude. Im Komplex Georgi-Ring entstanden in den Jahren 1960 bis 1990, bis 1962 die Wohnbauten gegenüber dem Schwanenteich. Mit diesem siebengeschossigen Wohnhaustyp in Plattenbauweise wird für Leipzig der Übergang zur industriellen Bauweise charakterisiert. Dieser Wohnhaustyp des Architektenkollektivs Kranz wurde hier erstmals eingesetzt. Neben dem Versicherungsgebäude sehen wir die Ruine des Bildermuseums. Darauf kommen wir noch. Der Gottesacker um die Johanniskirche vor dem Grimmagentore war durch eine Verordnung Herzog Georgs im Jahre 1536 zum alleinigen Leipziger Begräbnisplatz bestimmt worden. Dabei blieb es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Bedeutende Leipziger Persönlichkeiten wie Bach, Gellert oder Oeser wurden hier begraben. Den Turm der älteren Johanniskirche hatte der führende Baumeister des Leipziger Rokoko, George Werner, in den Jahren 1747-48 errichtet. Das neobarocke Kirchenschiff von Hugo Licht war im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört worden. Zunächst war beabsichtigt, den Turm als Mahnmal des Zweiten Weltkrieges zu erhalten, wie in Dresden die Ruine der Frauenkirche. Dazu war auch das Dach erneuert worden. Jedoch wurde am 10. Mai 1963 der Turm mit allem Zierrad gesprengt und der Platz eiligst beräumt. Das Fehlen des Turmes als raumgliedernde Dominante der Anlage Johannesplatz wirkt sich heute städtebaulich ausgesprochen nachteilig aus. Insbesondere der Blick vom Karl-Marx-Platz verlangt nach einem turmartigen Akzent. Der Komplex Windmühlenstraße Bayerischer Platz, wo unter anderem das Kino Astoria stand, erfuhr als Teil der Messe-Magistrale zwischen Stadtzentrum und Technischer Messe in den 60er Jahren eine völlige Umgestaltung. Das groß angelegte und zum Stadtjubiläum 1965 proklamierte Gesamtkonzept sollte ermöglichen, vom Hauptbahnhof innerhalb von fünf Minuten zur Technischen Messe zu gelangen. Im Ganzen verwirklicht wurde dieses Konzept nicht. 1961 bis 1965 erfolgt die Bebauung der Südseite der Windmühlenstraße mit quer zur Straße gestellten siebengeschossigen Wohnhäusern in Plattenbauweise, denen straßenseitige Büroflachbauten vorgelagert wurden. Das 1905 fertiggestellte neue Rathaus auf dem Gelände der ehemaligen Pleißenburg hatte den Zweiten Weltkrieg zum Glück mit nur geringen Schäden überstanden. Im Bereich Neues Rathaus Karl-Tauchnitz-Straße wurde im Sommer 1964 diese verkehrstechnisch wichtige Kreuzung der Leipziger Ringanlage umgestaltet. Im städtebaulichen Bereich des Westplatzes, der an das Stadtzentrum angrenzt, waren die Kriegszerstörungen besonders gravierend. Mit einfachen Wohnhäusern in traditioneller Bauweise wird auch hier zu Beginn der 60er Jahre der Aufbauwille der Leipziger Bevölkerung sichtbar. Der Friedrich-Engels-Platz ist 1964 völlig umgestaltet worden und stellt heute einen großflächigen Verkehrsknotenpunkt dar. Mit dem Umbau wurde die Durchlassfähigkeit von 1800 auf 5000 pkw die Stunde erhöht, womit dem wachsenden Autoverkehr weitsichtig Rechnung getragen wurde. Die einst selbstständige Richard-Wagner-Straße wurde in die Verbreiterung mit einbezogen. Das Kaufhaus Brühl aus dem Jahre 1908 war ein Bau des Leipziger Architekten Emil Franz Hänsel. Notdürftig rekonstruiert, musste es zunächst als Behelfsbau noch seine ursprüngliche Aufgabe erfüllen. Emil Franz Hänsel gehörte zu den führenden Geschäftshausarchitekten Leipzigs um die Jahrhundertwende. Von ihm sind heute zum Beispiel noch das Messehaus Speckshof, der Zentralmessepalast oder aber das Hotel Continental erhalten. Im Jahre 1965 begann der Umbau des alten Kaufhauses Brühl zum modernen Konsumentwarenhaus, das 1968 fertiggestellt wurde. Die Rekonstruktion erhöhte die Verkaufsfläche um etwa 50% auf 11.500 m² und machte das Kaufhaus seinerzeit zum größten in der DDR. Den Entwurf lieferten die Leipziger Architekten Walter, Böhme, Graf, Dick, Kurt und Winzer. Während sich der Kaufhaustrakt auf dem alten Grundriss erstreckt, entstand östlich ein achtgeschossiger Neubau, der Lager, Sozial- und Verwaltungsräume aufnimmt. Wir wenden uns dem Sachsenplatz zu. Das barocke Romanushaus von 1704 hatte zum Glück den Zweiten Weltkrieg überstanden. Aber die Ostseite der Katharinenstraße, der Brühl, die Reichsstraße und angrenzende Bereiche waren fast bis zur Unkenntlichkeit zerstört worden. So ist der Sachsenplatz überhaupt erst entstanden. Vielen Dank. Dies ist ein Schwenk über den Sachsenplatz aus Richtung Katharinenstraße, damals und heute. Die Katharinenstraße war Leipzigs Prachtstraße im Barock. Nach Ansicht eines Zeitgenossen hatte sie sich zu einem Freilichtmuseum edelster Art entwickelt. Die Katharinenstraße 13, ein historisierender Bau, kurz vor der Jahrhundertwende errichtet, fügt sich harmonisch ein. Der helle Flachbau ist das damalige Bekleidungshaus Hollenkamp. Etwa an seiner Stelle befindet sich heute die Leipzig-Information. An der Nordseite des Brühls entstanden zehngeschossige Wohnhochhäuser in Kammstellung zur Ringpromenade. Mit dem Bau des Romanushauses in den Jahren 1701 bis 1704 begann die Blütezeit des Leipziger Barocks, in der circa ein Drittel aller Gebäude des Stadtzentrums neu oder umgebaut wurden. 1969 wurde die Fassadenrestaurierung dieses wertvollen Leipziger Bürgerhauses fertiggestellt. Unverständlich ist uns heute, dass die historischen Innenräume und der Hoffflügel aufgegeben wurden. Mit dem Bau des elfgeschossigen Interpelzgebäudes 1965-66 wurde ein alter Gedanke aus dem Generalbebauungsplan von 1929 wieder aufgenommen, der vorsah, Leipzigs Bedeutung auf dem Gebiete des Rauchwarenhandels durch ein entsprechendes Hochhaus städtebaulich zu akzentuieren. Das großzügig gestaltete Wohnhaus am Salzgässchen von den Architekten Rohrer, Göller und Poller aus den Jahren 1962 bis 1964 nimmt die Tradition der Leipziger Durchgangshöfe auf. Der Innenhof des sechsgeschossigen Baues mit 249 Wohnungen bietet in den Sommermonaten eine Ruhezone im geschäftigen Stadtzentrum. Dies ist ein Blick vom Markt zum Sachsenplatz und hier vom Nikolaikirchhof zur Nikolaistraße. So bot sich der Blick von der Ecke Altes Rathaus Salzgässchen zur Thomaskirche dar. In den Jahren 1961 bis 1963 war das Messerhaus am Markt vom Architektenkollektiv Frieda Gephardt neu errichtet worden, dessen Baukörper sich gut der historischen Nachbarschaft von Königshaus und Altem Rathaus anpasst. Nach dem Messehof ist es das zweite von Grund auf neu errichtete Messehaus nach 1945 im Stadtzentrum. Im Jahr der Leipziger 800-Jahr-Feier 1965 wurde das moderne Gebäude des Leipziger Messeamtes mit seiner großflächigen Vorhangfassade gegenüber dem alten Rathaus fertiggestellt, das den historischen Bebauungsmaßstab an diesem Platz allerdings ungenügend berücksichtigte. Auch Lottas Renaissancebau von 1556, die alte Ratswaage, war ein Opfer der Bomben geworden. Nach dem Krieg entstand an dieser Stelle ein provisorischer Pavillon, der als Reisebüro genutzt wurde. Erst 1962 begannen hier der Abriss des Pavillons und die Entrümmerungsarbeiten. 1964 war die alte Waage in alter Schönheit wiederhergestellt und erfüllt heute ihre wichtige städtebauliche Funktion bei der Komplettierung der historischen Markt-Nordseite. Ein Blick in die Hainstraße. Hier befindet sich noch eine Reihe historischer Bauten. Die Hainstraße gehört wie der Markt, Petersstraße oder aber die Grimmagestraße noch zum mittelalterlichen Straßengefüge. Die heutige Fassade zu Bartelshof entstand 1871. Die Sandsteindetails wurden in den 60er Jahren überarbeitet. In den 80er Jahren folgte erneut eine Rekonstruktion des Komplexes, wobei die Stadtbibliothek ihr Domizil verlor. Die Westseite der Burgstraße, einschließlich Thüringer Hof, wurde fast völlig zerstört. Wie durch ein Wunder blieb der Renaissance-Treppenturm des Wohnhauses zur goldenen Fahne von 1508 erhalten. Er wurde in den Neubau Burgstraße 4 1960 bis 1963 errichtet, einbezogen. Dem Architektenkollektiv Frieda Gephardt gelang hier eine glückliche Synthese zwischen Alt und Neu. Der Wohnhausneubau weist sich einerseits klar als zeitgemäße moderne Architektur aus und berücksichtigt andererseits doch einfühlsam die historische Umgebung von Thomas Kirchhof und Thomas Kirche. Die Südseite des Karl-Marx-Platzes, des damaligen Augustus-Platzes, wurde vom sogenannten Bildermuseum eingenommen. Einem Bau von Ludwig Lange aus den Jahren 1856 bis 1858. Er war in den Formen der italienischen Frührenaissance errichtet. 1883 bis 1886 baute Hugo Licht im Stile der italienischen Hochrenaissance Seitenflügel an. Der Bau besaß ein flaches Dach mit Balusterabschluss. Die lichtischen Seitenbauten wiesen eine reiche Gliederung mit Säulen, Friesen und figurengeschmückten Nischen auf. Statuen und Obelisken krönten die Dachbalustrade. Am 4. Dezember 1943 war das Gebäude völlig ausgebrannt. Der Mendebrunnen von 1886 ist ein Werk des Architekten Adolf Gnaut und des Bildhauers Jakob Ungerer. Er stellt eine Allegorie des Umganges des Menschen mit dem Meere dar. 1982 gelangte er vor dem Gewandhausneubau zur Wiederaufstellung am alten Standort. In Form und Bildprogrammen orientiert er sich an römischen Barockbrunnen. aits时间bauten. Die Ruine des Bildermuseums wurde 1963 beseitigt. Auch in diesem Falle wurde die kunsthistorische Bedeutung gering geschätzt und deshalb darauf verzichtet, wenigstens Teile zu erhalten. Zum geplanten Neubau eines Bildermuseums kam es nicht. Noch heute nutzt das Museum der Bildenden Künste Leipzig das Gebäude des ehemaligen Reichsgerichts. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen das ausgebrannte Universitätsgebäude und die relativ unversehrte Universitätskirche, die dem Neubau der Karl-Marx-Universität weichen mussten. Insbesondere die Sprengung der Universitätskirche am 30. Mai 1968 verursachte massive Proteste der Bevölkerung. In der Goethe-Straße sehen wir das Studentenwohnheim Jenny Marx im Bau. Daneben die ehemalige Dresdner Bank, ein Bau aus den Jahren 1910-11 des bekannten deutschen Architekten Martin Dölfer. Markant ragt das Bankhaus-Kroch heraus, das in Anlehnung an den Urturm in Venedig gestaltet wurde. Der elfgeschossige Bau wurde als erstes Hochhaus Leipzigs 1927-28 von Bestelmeier errichtet. Die Glockenschlägerplastiken schuf der süddeutsche Bildhauer Josef Wackerle. Bereits 1956 bis 1960 war das Opernhaus nach Entwurf von Kunst-Nirade wieder aufgebaut worden. Hier sehen wir die Hauptpost im Bau. Die gezeigten Bilddokumente haben für uns heute unersetzlichen baugeschichtlichen Wert. Sie reflektieren den konfliktreichen, teils widersprüchlichen Weg in den baufreudigen 60er Jahren. Sie zeigen, wie der Wiederaufbau und die Umgestaltung der im Zweiten Weltkrieg so stark zerstörten Stadt begannen. Die glockenschläge sind die Umgestaltung der im Zweiten Weltkrieg. Die Glockenschläge sind die Umgestaltung der im Zweiten Weltkrieg. Sie sehen, wie der cracking, wie der Umgestaltung der im Zweiten Weltkrieg ist.